Servus Freunde, was geht ab? Ich bin Svati wieder am Start. Willkommen zu einem neuen Anboxen-Video. Heute habe ich das Album von meinem Bruder Crow. True. Punkt. In der limitierten Deluxe-Box. Hier ist das Prachtstück. Freunde Sonne, Crow hat ein dopes Album gedroppt. Ehrlich, feiere ich tierisch. Okay, ein paar Songs waren nicht meine, aber sonst kann man sich im Cabriolet geben. Ehrlich, wenn du den Song von Crow oder irgendeinem, egal, sagen wir Unendlichkeit war krass, wenn du es auf einmal so richtig aufdrehst, siehst du die Frauen links, rechts auf einmal zu dir kommen, wie die Axtwerbung. Richtig heftig, habe ich gemerkt. Ich gucke so, ich mache Crow-Song an, direkt die hören das so. Vor 20.000 Kilometern, die kommen angeflogen wie ein Schmetterlingi. Oh Mann, ey, ich denke so, was ist jetzt los mit dir? Was willst du von mir? Ich dachte, die wollen mein Auto klauen, aber nein, das war nicht so. Die kamen wegen der Musik, haben gesagt, du hast Geschmack, Habibi, du hast Geschmack. Denke ich mir so, Jackpot, Habibi, eine Hand wäschte die andere an, du weißt. Auf jeden Fall, das war Spaß beiseite. Geiles Album, hat mir tierisch gefallen. Manche mal haten ja immer so gerne und sagen, was dafür scheiße und so weiter. Ach sie, klein. Geh mal zur Seite, du hast keine Ahnung. Immer diese Augemache rein. Irgendwann fällt dein Auge wirklich raus, dann bist du Pirat. Wo ist du so? Arr, ich habe Auge gemacht. Ja, dann bist du selber schuld. Gönn einfach Crow, ist doch scheißegal, das hat eh Erfolg. Weißt du, den nuket das doch eh nicht. In der Fakt kaufen die anderen Fans eh sein Album, dann ist er eh hier ganz oben und du bist da ganz unten am Haten. Was soll man machen? Kannst ja nicht hochschreien. Weißt du, wie Mod Errorist, wenn du ganz unten bist, schreist du nicht nach oben. Ja, dann kletterst du halt bis hier. Bis du oben bist, ja, schafft nicht jeder. Naja, was für ein Beispiel? Ach egal, reingeschissen. So, Brille, Achmed, das ist der Butterfly für Arme. Er zerschnippelt, zersägt, zerschnallt jede Box. Jawoll. Auf jeden Fall, was schreit ihr da draußen? Mein Gott, die Kinder. Immer, immer Kopfschmerzen. Ich komme nach Hause, Kopfschmerzen. Schreierei. Immer hin und her. Ich muss irgendwann wirklich so, keine Ahnung, so, so, keine Ahnung, so ein Bottich kaufen. Und dann aus dem Fenster werfen, gegen den Kopf werfen. Keine Ahnung. Scheiße, Alter, den Emmer Kopfschmerzen. Ich schlafe nachts, Kopfschmerzen. Hör die Geschrei. Ich stehe morgens auf, die sind wach, Kopfschmerzen. Was ist los? Auf jeden Fall, ich mache die Box jetzt auf. Zack, zack. Bannerback, Omback, Druck hat Kopf ab. So. Auf jeden Fall, die limitierte Box ist wirklich limitiert. Die ich schon ausverkauft habe, habe ich gesehen. Falls es eine noch übrig ist, oder gibt. Übrig gibt, gutes Deutsch, egal. In der Videobeschreibung. Hier unten ist diese Dreieck, oppala. Diese Dreieck andersrum. Drückst du drauf, erste, zweite, dritter Link. Sind, wie heißt das, wie soll ich sagen? Die, halt diese Box, oder halt die Standard-CD, oder die Vinyl, oder diese digitale Vision. Du kannst selber entscheiden, welche du haben willst. Falls du keine haben willst, check, wie heißt die Scheiße? Ah, Spotify, ab, dann hörst du es kostenlos an. Ja, wenigstens unterstützt du etwas. So, jetzt machen wir die Box mal auf, zack, zack. Wie heftig das aussieht, richtig geile Box-Design. Ehrlich, das Hauptding hat man schön als so, wie soll ich sagen? So ein Portrait-mäßig hingeklatscht. Sieht edel aus, hier steht True Crow. Auf Chinesisch steht da Salam. Keine Ahnung, was da steht. Kann mir jemand übersetzen. Vielen Dank. Auf jeden Fall, hier oben geht das auch. Von der Seite, also von hinten sieht das so aus. Die Supporter, von der Seite wieder, was das Chiminesische. Versteht bestimmt True auf Chinesisch oder Japanisch. Asiatisch, was auch immer. Auf jeden Fall, ich kann nur Ling-Ding. Schwing dein Ding. Okay, reingeschissen. Auf jeden Fall, geht das auf. Moment. Ah. Okay, heftig. Zack, zack. Ich hol das mal raus. Auf jeden Fall. Ach, nicht kaputt machen. Das wäre das, aber auch. Okay, ich hab reingeschissen. Ist schon kaputt. Mein Gott, was ist das denn für eine Scheiße? Achso. Moment, ich mach das. Also hier, das ist komisch, ehrlich. So, und geht das auf und dann hol ich die Maske von hier raus. Zack, zack. Bannerback, Omback, Tokat. Okay, ich leg das mal zur Seite. Was sehen wir noch? Ach, da sind die CDs. Auf jeden Fall, hier hinter sind noch die CDs. Zwei Stück. Warum kein Jewelcase oder so? Die hängen ja hier hinten so raus. Also dran. Das ist ja blöd. Ey, warum kein Jewelcase? Wie kann ich dir ein Regal tun? Mann. Egal. Mehr nicht? Was hat der denn? Nur die Maske oder was? So sieht die Crow Panda Maske aus, Freunde Sonne. Schön schlicht und weiß. Ehrlich, sogar seine Promo-Phase habe ich abgecheckt. Das war geil. Ich dachte wirklich, Crow legt die Maske für immer ab. Nee, er hat ein bisschen gewechselt, seinen Style. Vom Panda Style zu schlicht und weißen. Ja, keine Ahnung. Weißer als Style. Auf jeden Fall. Sieht geil aus. Kann man so nehmen, wenn man es so trägt. Warte mal, kann ich das anziehen? Warte mal, Brille weg. Ich sehe aus wie der Dicke Crow, Alter. Richtig heftig, guck mal. Ey, das ist wie Zero, die Maske, Alter. Nur in Crow Style. Warte mal, sieht ihr mich? Ey, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Warte mal. Ah, mein Kopf. Ich bin eh zu, mein Dicke Schild. Guck mal, ich bin ein Dicke Panda. Ich bin Kung Fu Panda. Ombach, Tokat. Kropfab, Opach. Egal, reingeschissen. Richtig geil. Warte mal, geht das so? Seht ihr mich? Ich sehe gar nichts mehr. Ja. So. So muss es sein. Reingeschissen. Zack, zack. Richtig edelt, ist aber so qualitativ. Ist ja schon hochwertig, aber so Plastik, ja, nee. Du hast jetzt 44 oder 45 Euro bezahlt für zwei CDs und diese Maske und diese Verpackung aus, äh, hier, Pappschuber oder was das ist. Pappe. Ich will kein Auge machen, aber so ein bisschen tränt schon, mein, äh, weißt du, so ein bisschen tränt das schon. 45 Euro für, ja, die ist manchmal was, so ein Ding spumst, dass du an die Wand hängen kannst oder so. Dann kannst du ja klar hier so zwei, äh, Schrauben machen, dann hast du das so an der Wand. Und, hey, 45 Euro, Habibi. Eieieiei. Ich will ja nichts sagen, aber das ist, ach so, warte mal. Ah, warte mal, die andere, warte mal. Oh, was ist das für Scheiße, warte, da ist noch was drin. Ah, Booklet, ah, Booklet. Hier an der Seite ist Booklet. Und was ist das denn? Ah, das, das ist die Super Juke Case für Arme. Ich schwöre, guck mal hier. Haha, scheiß, Alter, ey, Crow. Scheiß, was für eine Idee habt ihr gemacht, Mann? Welche Greingeschüsse, was ist das? Guck mal, diese Pappschuber, kannst du hier an die Reintun, die CD. Man tut sich so ein Plastikcase, was man 45 Cent kaufen kann, oder 1 Euro, was auch immer, tun die so Plastik. Ach, hier, Pappschuber, nicht mal Pappschuber ist das, das ist Papierschuber. Ja, scheiß, aber okay, was soll ich machen? Die Trackliste zeige ich euch wenigstens. Hier sieht man das hoffentlich. Wenn nicht, sorry, ah, ich habe keine Brille auf, ich gucke ohne Brille die ganze Zeit. So, oh, sexy Junge, Spaß. Auf jeden Fall, ja, die Papierschuber für Arme. Na ja, auf jeden Fall, True Booklet. An alle Türken magst du auch Bockwurst? Scheiße, auf jeden Fall, scheiße. Erste Seite, oh, ein Keyboard, nicht schlecht. Die zweite Seite, Booklet ist schön interessant. Feier ich extrem, ehrlich, schönes Booklet. Ey, die kenne ich doch. Ne, die kenne ich nicht. Ich dachte, das ist die eine, Monique oder wie die heißt. Oder ist die das? Sieht so aus, ne? Wenn ihr das ist, dann schreibt ihr in die Kommentare, ja, das ist sie. Falls du die Box trotzdem haben willst, in der Videobeschreibung. Falls es die nicht gibt, Pech gehabt. Ich glaube, bei Ebay kann man die gut verticken, ne? Vielleicht mache ich ja Profit damit, verkaufe ich für 150 Euro oder so. Oder nur die Maske. Na ja, gucke, ich glaube nicht verkaufen. Was soll ich damit? Also, wenn nicht verkauft ist, ja, keiner. Ach, schreib mich jetzt nicht an extra. Vater Habibi, schenkst du mir das? Nein, Habibi, ein Apacat, das kannst du haben, kostenlos sogar. Auf jeden Fall, nicht schlecht. Ui, guck mal, sogar Bambi wird erhängt, der Arme. Ja, nee, Bambi, ich bin mit dir, aber ich habe auch noch nie ein Bambi bekommen. Aber ich habe, wie heißt das, Bamir bekommen, das war lecker. Kennst du Bamir? Na ja, schreib in die Kommentare. Auf jeden Fall, sonst ist da nichts. Kein Poster, keine Autogrammkarte, kein Schnickschnack, nur die Maske. Diese Box, also die Maske von Crow, nochmal anziehen. Komm, einmal für euch. So, warte mal, sieht man mich überhaupt? So, warte mal, ein Speck, so. Ey, das sieht ja aus für Crow, aber sieht wirklich gut aus, ne? Kann man nehmen. Jani, wenn ich auf die Straße gehe, wollen die Fans auf jeden Fall Fotos haben, oder die weiblichen Damen. Ach, egal, reingeschissen. Äh, ja, trotzdem hat gar nichts mit der Musik zu tun, ganz ehrlich. Wir reden nur rein vom Inhalt oder physischen Sachen. Bisschen mies, kein Booklet, also Booklet ist da, aber kein Case. Weißt du, da kann man gegen Wann klatschen. Jani ist ein Rotz, so ein Furz. Kennst du von, hier, Batsbetserschlag. So, ich. Ey, die Beste sind die chinesischen Kung-Fu-Filme. Zieht euch die rein. Die Sound-Effekte, ne? Rott, ich, ich. Halbe Stunde kommt so Echo. Ich, 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 ich. Egal, ich glaube, was Scheiße. Also, ich bin schon bei Anime von, naja, zick die Filme ab. Äh, Jet Li, Ombak oder, hm, Rock Li von Naruto. Naja, auf jeden Fall. Trotzdem ist ein geiler Box, will ich auch nicht sagen. Guck mal, von dem Style her, richtig edelt. Das kann man nur, das schon in die Vitrine oder halt an die Wand, Takas, was auch immer. Sieht schon geil aus. Weißt du, kann man nehmen. Oder du kannst einfach so hinstellen, Freundin Sonne. Aber trotzdem, für 45 Euro ein bisschen Herz tut weh. Herz blutet, Jani. Wenn das 35 Euro wäre oder so, dann hätte ich nichts gesagt. Oder vielleicht doch ein bisschen. Aber naja, jeder muss es selber entscheiden. Wenn du Fan bist von Herzgöns, sagst du, kaufe ich. Wenn nicht, dann ist es halt so. Weißt du, ich will das nicht so haten. Aber manchmal muss man Kritik sagen, damit die es für nächstes Mal besser machen. Jani, eine Hand, wich die andere Hand, ihr wisst es. Arriba. Euer Fatima, Job. Danke fürs Einschalten. Und ja, passt auf euch auf. Abonniert meinen Kanal. Ihr habt gehört, ihr wollt mich unterstützen. Und falls nicht, dann habe ich fech gehabt. Checkt an trotzdem meine anderen Videos ab und die sozialen Netzwerke. Instagram, Facebook, was auch immer, Habibi. Ich habe alles. Hadi Allah. Euer Fatih, Brille, Ahmed. Mach's gut. Ciao. Wie Twix-Werbo. Oh Mann. Ciao, ciao.